Die Bundesliga-Tippforce ist zurück, du kannst dabei sein und eine 25-Euro-Paysafe-Karte gewinnen. Ich habe die Sommerpause genutzt, um eine gute Promotion-Aktion ausfindig zu machen und ich bin fündig geworden. Beim Wettanbieter VBet.net gibt es eine sogenannte Express-Versicherung. Die Express-Versicherung bei VBet kann man auf Sechser-Kombis mit Fußballspielen abschließen und erhält als Cashback eine Gratiswette in Höhe des Einsatzes, wenn man 5 von 6 Spielen richtig hat. Wir brauchen 6 gute Einzeltipps mit einer Mindestquote von je 1,6. Aufaddiert ergibt das eine Gesamtquote von mindestens 16,7. Das ist natürlich kein Zuckerschlecken, so eine Sechser-Kombi zu gewinnen, aber wir müssen nur maximal alle 17 Spieltage diese Sechser-Kombi gewinnen, um Plus zu machen. Und das sollten wir doch mit vereinten Kräften schaffen. Das Geniale daran ist aber, dass man auch bei 5 von 6 richtigen Einzeltipps in der Kombi schon eine Gratiswette in Form des Einsatzes bekommt. Für VBet spricht zudem, dass es keine Wettgebühr gibt und die Quoten damit zu den Besten auf dem Markt gehören. Außerdem können wir hier mit Asian Handicap wetten. Ich würde sagen, Challenge accepted. Lasst uns loslegen, Tippfors. Poste deinen besten Tipp des Bundesligaspieltags in die Kommentare. Wirklich nur ein Tipp mit der Mindestquote von 1,6, auf den du im Notfall auch dein linkes oder rechtes Ei setzen würdest. Aus den meistgenannten und besten Tipps schließen wir dann die Sechser-Kombi bei VBet ab. Das ist sowohl für Hobby-Tipper als auch Profis interessant bei Einsätzen zwischen 2 und 60 Euro. Für alle, die sich über den Link bei VBet anmelden, lohnt es sich mindestens doppelt, denn ihr bekommt eine dauerhafte Gratis-Mitgliedschaft in unseren Facebook-Gruppen und habt die Chance, eine 25 Euro PaySafe-Karte zu gewinnen. Und so einfach bist du dabei, über den Link anmelden und einzahlen, dann einen Kommentar mit deinem Benutzernamen und natürlich deinen besten Tipp unter dieses Video posten. Das Video mit den besten Tipps der Tippfors gibt es wie immer am Freitagnachmittag. Dann werden wir auch die Sechser-Kombi bei VBet abschließen. Bis dann, mach mit bei der Tippfors, abonniere diesen Kanal und lass uns zusammen gewinnen.